Was ist die Milchpreise für die Bauern zu niedrig? Milchpreise für die Bauern zu niedrig? Das Fragezeichen, das uns die Initiatoren für das heutige Thema gesetzt haben, kann wir eigentlich getrost weglassen. Denn der Milchpreis ist objektiv viel zu niedrig. Landwirtschaft und Marktwirtschaft, das sind zwei Gegenpole, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen wollen. Denn in der Wertschöpfungskette sind die Landwirte immer das schwächste Glied. Abgeschlagen von ihren Abnehmern, den Molkereien, und noch weiter entfernt von deren Abnehmern, dem Lebensmitteleinzelhandel. Die Preise, die die Milchlandwirte für ihre Rohmilch bekommen, und damit sind wir jetzt schon bei der Marktwirtschaft, bestimmen Angebot und Nachfrage. Und da klemmt es gewaltig. Denn die Milchleistung wächst seit Jahren, obwohl wir weniger Höfe, aber auch weniger Milchkühe haben. Mit der Folge, wir haben einfach zu viel Milch. Und das drückt bekanntlich auf die Preise. Dazu kommt jetzt Druck durch die pflanzlichen Alternativprodukte, die aktuell mit enormen Zuwachsraten beim Verbraucher punkten. Der politische Ausweg lautet, noch mehr Subventionen für die Milchlandwirte, oder dann doch besser die marktwirtschaftliche Variante, wir brauchen einfach mehr Nachfrage, um das Angebot zu deckeln. Dann müsste auch der Milchkonsum steigen. Wachstum ist durchaus machbar, denn Milchprodukte sind innovativ und zählen zu den Grundnahrungsmitteln. Und ein kleines Pflänzchen könnte auch das regionale Angebot an Weidemilch, an Biomilch oder Heumilch sein, das sich gerade in den zurückliegenden Monaten der Pandemie als sehr, sehr erfolgreich erwiesen hat. Reden wir also über den Wert der Milch. Unsere heutige Diskussionsrunde ist besetzt mit der Landwirtin Birgit Blömer aus Rede. Das liegt irgendwo im westlichen Münsterland. Frau Blömer, Sie können uns hören. Herzlichen Morgen in die Runde. Herzlich willkommen. Dankeschön. Aus Kall in der Eifel ist uns Wolfgang Ahrens zugeschaltet. Herr Ahrens berät und unterstützt Hersteller, die insbesondere auf Premiumkonzepte im Lebensmittelhandel einführen oder voranbringen möchten. Für uns heute wichtig, er hat ein Konzept mit der Bezeichnung Wohlfühlmilch für den Taubenthaler Hof in der Eifel mit einer A2-Milch angeschoben. Realisiert inzwischen bei Edeka, bei Globus oder Kaufland. Also alles durchaus bekannte und klangvolle Namen aus dem Einzelhandel. Hallo Wolfgang, wir duzen uns und wir bleiben auch beim Milch. Guten Morgen Hans, hallo in die Runde. Gut, in Engelskirchen aus dem Bergischen, da begrüße ich Hans Stöcker. Er ist selbstständiger Milchlandwirt, zugleich aber auch Mitglied im Aufsichtsrat der niederländisch-deutschen Molkereigenossenschaft Friesland-Campina. Herr Stöcker, Sie können uns auch hören? Ja, ich kann Sie hören und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Gut, ich habe irgendwo gestern gelesen, Sie waren mit Björn Freitag in Sachen Milch auf einem Milchradweg unterwegs. Ich wusste nicht, dass ein Milchradweg existiert. Sind Sie selbst mitgefahren? Wir waren dabei und die Landesvereinigung der Milchwirtschaft hat in Nordrhein-Westfalen mittlerweile neun Milchthemenwege und davon sind zwei Milchradwege. Einer, wie gesagt, oben in Steinfurt, auf einer gut befahrenen Trasse und einer in Kleve rund um Hausrisswich. Das ist doch eine schöne Vorlage für das nächste Meeting, Dialog Milch. Machen wir das mal mobil, wenn Corona dann auch hoffentlich vorbei ist, dass wir mal on air gehen auf dem Radweg oder eben mit dem Rad unterwegs. So, wir starten. Meine erste Frage geht an die Landwirtin Birgit Blömer. Frau Blömer, wie kommen Sie eigentlich mit den aktuellen Milchpreisen derzeit zurecht? Mit der aktuellen Preisstruktur kommen wir nicht zurecht. Wir haben bei uns in der Produktion und auch im Management an vielen Schrauben gedreht und haben tolle Tiere im Stall. Wir haben die Rahmenbedingungen mit Tierwohl und mit Kuhkomfort so ausgestattet, dass wir mit einem tollen Team hier uns für die Tiere sorgen können. Aber die zudem steigenden Futterkosten, Energiekosten, Lohnkosten lassen das bei dem aktuellen Milchpreis eigentlich nicht zu, dass man damit wirtschaften kann. Und so sind wir weiterhin mit einem Seiltanz unterwegs in der Produktion. Ja, aber wie bildet sich der Preis bei Ihnen? Es gibt Angebote und Nachfrage. Sie haben ein Angebot. Ich nehme an, Sie haben eine gute Milch, Sie haben eine saubere Milch. Wer legt den Preis fest? Ja, wir vermarkten unsere Milch auf zwei Wege. Wir haben eine Milchtankstelle. Da haben wir den direkten Kundenkontakt. Die Kunden hier vor Ort, die Bürger hier aus Rede kommen zu uns und zapfen bei uns die Milch an der Milchtankstelle. Damit haben wir eine größere Wertschöpfung, weil da kein Handel dazwischen liegt. Mit dem, dass die Kunden sich hier ihre Rohmilch holen, die frische Landmilch holen, haben wir den Kontakt. Wir haben auch die Akzeptanz beim Kunden und auch eine Kundentreue. Das ist auch ein Wert der Milchvermarktung zu sehen, dass es auch wirklich mit Begeisterung angenommen wird. Der große Teil unserer Milchmenge geht an die Molkerei. Unsere Molkerei hat feste Lieferverträge, feste Rahmenbedingungen, da wir vorgegebene Vergleichsmolkereien haben. Insofern ist es schwierig, da in Verhandlungen zu treten. Zumal wir hier in Nordrhein-Westfalen ganz feste Preisstrukturen haben. Da ist auch, wie gesagt, auch der Rohstoffmilch immer schon knapp gewesen dahin, dass wir da keinen Verhandlungsspielraum haben. Wenn die Menge da ist, dann ist es schwierig. Ich habe es gerade verkehrt darum gesagt, der Rohstoffmilch ist halt immer so viel in Menge da, dass wir keine Preisverhandlung führen. Mal ganz konkret, da kommt gerade eine Frage. Veronika aus Selfkant fragt, wie viel müssen Sie denn heute pro Liter Milch erlösen, damit der Betrieb ökonomisch weitergeführt werden kann? Nennen Sie uns doch mal eine Hausnummer. Wenn es nach uns gehen würde, über 40 Cent. Wenn wir für uns sehen, dass wir in den Stall investiert haben, in die Aufzucht investiert haben, unsere eigene Jungviehaufzucht hier führen, dann müssten wir bei über 40 Cent liegen. Ja. Okay, dann nehmen wir das mal erst mal so hin. Der Preis ist ja bekanntlich, so sagt der Handel jedenfalls, immer vorgegeben durch Angebote und Nachfragen. Das habe ich eingangs schon erwählt. Er wird aber auch letztlich bestimmt durch den Verbraucher, der möglichst preiswert einkaufen möchte. Herr Stöcker, an Sie die Frage, Verbraucher schätzen zwar die Milch und mit ihr eine intakte Natur, aber noch mehr auch den günstigen Einkauf. Sitzen Milchlandwirte und Molkereien hier in einer Preisfalle? Ja, eine Preisfalle würde ich da so nicht nennen. Das Problem ist einfach, ich bin Mitglied in einer Genossenschafts-Molkerei und wir versuchen unsere Milch gemeinsam in Milchprodukte zu vermarkten. Und da gibt es natürlich verschiedene Wege. Es gibt den Weg über Frischprodukte, über den Lebensmittelhandel. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Milch zu verarbeiten, zu Käse zum Beispiel oder auch zu spezialisierten Produkten für die Nahrungsmittelindustrie. Und unsere Molkereien-Genossenschaft hat eben einen Weg gesucht, um überall natürlich im Markt mitzuspielen, damit man auch, ich sag mal, die Milch in andere Kanäle schieben kann, wenn zum Beispiel der Lebensmittelhandel nicht das bezahlen will, was wir eigentlich haben müssten. Aber das ist nur begrenzt möglich. Und das sehen wir. Und dann kommen wir eben in den Konflikt, dass wir eben die Milchpreise, die wir eigentlich haben müssen, mit dem Handel nicht durchsetzen können. Und da muss man dann eben sehen, dass man verschiedene Wege findet, eben mit Spezialitäten, zum Beispiel mit Markenmilchen oder wie Sie gesagt haben, mit Weidemilch oder eben auch gucken, dass man eben mit regionalen Produkten kommt. Das sind alles Möglichkeiten, um, ich sag mal, auf den Marktpreis was aufzusatteln. Aber der Marktpreis wird nach wie vor durch Angebot und Nachfrage bestimmt und dann nicht nur hier in Deutschland oder Europa. Und da haben wir eben einen Weltmarktpreis und der bildet sich eben. Aber wir haben ja auch die Tatsache, dass Nahrungsmittel gerade jetzt in den vergangenen Monaten in der Corona-Pandemie, dass die Nachfrage sich auffällig verändert hat. Es sind plötzlich Bio, regionale und Tierwohlprodukte sind gefragter und die werden vor allen Dingen jetzt auch von jüngeren Verbrauchern hinterfragt. Wolfgang, vielleicht mal an dich die Frage, kommt die zweifellos wertige Milch nicht mehr richtig beim Konsumenten an? Brauchen wir vielleicht doch mehr Nähe zu den Milchhöfen und ihren Milchtieren? Also Stichwort Stallgeruch. Ja, Hans, auf jeden Fall. Ich sag mal, mehr Information und mehr Transparenz, wie die Milch entsteht, wie sie produziert wird, welche Arbeit dahintersteht und welcher Aufwand dahintersteht, würde natürlich helfen, einen höheren Milchpreis bei den Menschen einfach auch durchzusetzen und zur Akzeptanz zu führen. Denn die großen Preisstrukturen, wie meine Vorgänger jetzt schon erläutert haben, das kann der einzelne Landwirt ja nicht verändern. Und deswegen haben wir ja hier vor jetzt mittlerweile fünf Jahren den Weg eingeschlagen in die Selbstständigkeit, in die Direktvermarktung von dem Bauernhof, die natürlich damit verbunden war, eine eigene Molkerei anzuschaffen und hier auf dem Hof aufzubauen. Denn die Abfüllung gehört nochmal dazu. Und das ganze Projekt stand hier bei uns immer unter dem Vorzeichen, dass unterm Sprich 40 Cent für die Milchproduktion bei dem Landwirt bleibt. Okay, stellen wir das bitte nochmal zurück, weil das Thema kommt natürlich, das brennt uns unter den Nägeln. Da musst du gleich nochmal richtig ausführlich erzählen, wie das ist. Ich würde nochmal gern Frau Blömer dazu holen. Sie sind ja Milchlandwirtin, haben, ich weiß gar nicht, wie viele Tiere Sie haben, aber Sie haben auch eine Milchtankstelle. Und da würde mich mal interessieren, wenn die Verbraucher kommen und dann Milch tanken und Sie sehen die, was sagen die dann zu Ihnen? Fühlen Sie sich eigentlich wohl bei Ihnen und was sagen die zur Milch und was sagen die speziell zu Ihnen? Aber davor noch die Frage, verkaufen Sie dort Rohmilch oder pasteurisierte Milch an der Tankstelle? Wir haben eine Milchtankstelle mit Rohmilch. Wir melken unsere Kühe morgens und abends und jeden Morgen wird die Milchtankstelle mit frischer Milch gefüllt. Und der Kunde kommt, kann vor Ort ein Gefäß kaufen, eine Milchflasche, die mit unserem Logo ausgestattet ist oder er bringt sein Gefäß mit. Und hat dann das passende Gefäß für seinen Kühlschrank. Wir haben unsere Rohmilch so, wie wir sie morgens gemolken haben, gefiltert und gekühlt. Und der Verbraucher schätzt es, das Produkt direkt beim Landwirt zu holen. Und wir sind na klar froh um diesen direkten Weg zum Kunden und sind darauf angewiesen, dass der Kunde wiederkommt. Das ist für uns bei uns mit der Milchtankstelle immer eine Herausforderung, weil der Kunde, der fährt los, um sich seinen Liter Milch zu holen. Und es ist na klar aus Sicht des Verbrauchers einfacher im Discounter den Einkaufswagen zu füllen und die Tüte dazu zu stellen. Und das ist na klar das Besondere dann zu sagen, ich kaufe beim Bauern meine Milch. Ich mache mich auf den Weg und bin auch da, wo produziert wird. Und ja, die Ställe, die Türen und die Tore sind offen. Wir haben offene Ställe im Außenklima. Da kann auch jeder hineinkommen und schauen, wo sind die Tiere, wann wird gemolken. Der Weg zum Kälberstall ist immer ganz wichtig, auch für die Familien. Da sind na klar auch die kleinen Kinder immer gerne. Und wir begrüßen das. Wir freuen uns, wenn die Menschen mit uns auf den Hof kommen. Was zahlen Sie, was kriegen Sie zur Zeit für einen Liter Milch? Wenn ich heute zu Ihnen käme, was möchte ich da bezahlen? Angenommen, ich habe ein Gefäß schon mitgebracht. Wir sind bei einem Euro pro Liter Milch. Wir sind auch dabei geblieben und sind auch nicht teurer geworden jetzt in der Corona-Zeit. Die Milchtankstelle läuft gut, die Leute kommen gerne. Gerade jetzt, die letzten zwei Jahre, ist der Verbrauch doch gestiegen. Schön. Die Milch ist ja nicht das Problem, sondern die Bilder, die mit der Milcherzeugung in Verbinder stehen. Das ist nicht von mir, sondern das sagt ein Konsumpsychologe namens Paul Bremer vom Rheingold-Institut in Köln. Herr Stöcker, aus Sicht mal der Molkereien, wie vermitteln wir Tierwohl, Produktion und Logistik? Besteht da nicht eigentlich mehr Handlungsbedarf? Ja, das ist eben das ganze Thema. Wie stellen wir uns dar? Und da müssen wir eben feststellen, dass wir da in der Landwirtschaft in den letzten Jahren was haben liegen lassen. Und gewisse NGOs nutzen das eben, um ein falsches Bild meiner Meinung nach darzustellen, dass eben Milchviehhaltung nicht tiergerecht ist oder eben, dass die Kälber nicht ordnungsgemäß aufgezogen werden. Und das ist eben eine große Aufgabe, die wir uns auch gestellt haben. Und deswegen ist zum Beispiel im vorigen Jahr hier in Deutschland die Initiative Milch gegründet worden, wo eben jetzt auch mehr Öffentlichkeitsarbeit bundesweit auch in den neuen Medien für Aufklärung soll. Und da ist eben das Kern oder das Kernthema dann Milch, das weiße Wunder. Und da soll eigentlich das wieder gerade gerückt werden, um auch nicht nur Wissen zu vermitteln, auch Bilder zu vermitteln, wie es in Wirklichkeit ist, ohne irgendwas schönzureden. Aber ich glaube, wenn wir damit mal an den Start kommen, hilft uns das, um dem gegenzuwirken. Aber im Prinzip haben Sie recht, die schlechten Bilder im Moment führen zu einem enormen Imageverlust. Aber der Landwirt ist ja zumindest bei den Genossenschaften mit Stimmberecht, ist ja Ansteilseigner, ist Genosse. Ist denn der Einfluss der Landwirtschaft vielleicht zu gering im Bezug auf die Absatzstrategien von Molkereien? Würden Sie da gern Mitspracherecht oder mehr Einfluss einnehmen wollen? Also in den Genossenschaften ist diese Mitsprache absolut da. Nur auch die Bauern, die natürlich regelmäßig auf die Mitgliederversammlungen kommen, sehen das Thema genauso. Deswegen haben die Molkereien mittlerweile ihre eigenen Qualitätsprogramme, wo sie eben diese Sicherheit auch geben, dass eben die Milchkühe ordnungsgemäß gehalten werden auf den Betrieben. Und das wird auch transparent nach außen gegeben. Das wird auch dem Handel mitgegeben. Da haben wir eben unsere Nachhaltigkeitsprogramme, die auch komplett überprüfbar sind. Da sind die Hausaufgaben gemacht und da können wir Landwirte auch sagen, der größte Teil unserer Milchviehhaltung ist tiergerecht und hat einen sehr, sehr hohen Tierwohlstandard. Aber in der Diskussion außen ist im Moment ein anderer. Und da müssen wir dran arbeiten. Wolfgang Ahrens, der Mann, der für Premium-Sortimente zuständig ist. Du hast vor Jahren ein Gemeinschaftsprojekt mit einer A2-Milch realisiert. Vielleicht wissen nicht alle, was A2-Milch ist. Musst du nochmal ganz kurz ausführen. Das vom Handel, man kann sagen, mit Begeisterung aufgenommen wurde. Wie geht das? Ja, das Thema A2-Milch kommt ursprünglich aus dem neuseeländischen Raum über Australien und ist vor einigen Jahren dann auch nach Europa rübergeschwappt, auch in die USA. Und hier geht es um eine andere Milch. Die A2-Milch hat ein Geteilt in einer Aminosäure anders als alle anderen A1-Milchen, die wir so nennen, die im Regal stehen. Und dieser Unterschied in der Eiweißzusammensetzung dieser Milch führt dazu, dass viele Menschen, die eine Milchunverträglichkeit haben, diese Milch vertragen können. Das berichten die uns. Das berichten die uns hundertfach und tausendfach. Ja, und mit dieser A2-Milch kam der Herr Gerden 2016 zu mir und sprach mich an. Und er hatte genau die existenziellen Probleme, die wir jetzt gehört haben. Der Gerden ist der Bauer. Ja, das ist der Bauer genau, der führt den Taubenthaler Hof jetzt in dritter Generation. Und er sagte auch zu mir, Wolfgang, ich kann mit Preisen, die zwischen 18 und 30 Cent volatieren in den letzten 30 Jahren, kann ich nicht mehr leben. So können wir den Hof nicht weiterführen. Ich brauche eine andere Perspektive. Und ich brauche 40 Cent für meine Milch. Sonst kann ich das hier nicht mehr machen. Und dann sind wir damals, das kann man schon so sagen, als Pionier mit der A2-Milch in Deutschland gestartet, weil die Informationsbasis war gleich null. Es gab keinen, der es gemacht hat. Wir haben damit angefangen. Wir haben viel Recherche betrieben und haben dann einfach noch zum Schluss mussten wir die Entscheidung treffen, wie bekommen wir die Milch aus unseren Kühen nach dem Melken in die Flasche in den Handel. Das heißt, wir brauchen eine eigene kleine Molkerei. Das ist jetzt die Taubenthaler Hof Milchmanufaktur, die man auch gerne besichtigen kann hier bei uns in der Eifel. Das kann man alles sehr, sehr transparent sehen. Ja, und dann hat der Handel zum Glück uns vertraut, ist diesen Weg mitgegangen. Und ich sage mal, sämtliche namhafte Händler wie Edeka und Rewe und Globus und Hit und Kaufland, die waren auch alle hier. Die haben sich das angeschaut. Die haben die Milch probiert. Bei uns kommen zwei Dinge zusammen. Es ist eine traditionell hergestellte Frischmilch. Sie schmeckt anders. Das schmeckt jeder. Das melden uns auch die Verbraucher total begeistert zurück. Wir hören immer wieder die Beschreibung, das schmeckt so wie früher aus der Milchkanne. Und wir hören immer wieder, ich kann wieder Milch vertragen. Und das ist einfach der Punkt, wo wir eine Nische besetzt haben. Und diese Nische haben wir dann dementsprechend auch preislich im Markt positioniert. Unsere Milch liegt für 1,79 Euro pro Liter in den Regalen. Und mit dieser Konstellation gibt es eigentlich nur Gewinner. Der Verbraucher hat eine neue Option. Der Handel hat ein tolles Premiumprodukt. Und der Bauer hat eine stabile Basis, um wirklich mit Verantwortung in die nächste Generation zu investieren. Also du hast gesagt, der Handel hat euch vertraut. Ich unterstelle mal, der Handel ist immer auch sehr preisgetrieben. Für ihn war es was Neues. Ihr habt ein bewährtes, klassisches Produkt, ich will nicht sagen neu verpackt, aber neu positioniert. Ist das vielleicht ein Weg, den man auch für die andere Milch nehmen könnte, nehmen müsste? Wenn man ja den, der Markt, so wie er auch schon vor uns da war. Selbst da war ja schon, ich sag mal, die Basispreise fangen an. Bei der Standardmilch im Tetrapark irgendwo bei 60 Cent pro Liter. Und trotzdem lagen auch schon Alternativen im Regal für 1,29, 1,49. Je nach Biomilch oder Weidemilch oder Heumilch. Das heißt, der Verbraucher ist schon bereit, in einer gewissen Preisspanne in die Milch zu investieren. Wir wollten ein ganz klares Signal abgeben, dass unsere A2-Milch einzigartig ist. Die ist selten, die ist einzigartig, die ist besonders. Und dementsprechend muss da auch eine Wertschöpfung dahinterstehen. Alles, was wir tun, ist Handarbeit. Und dass wir andere Produktionskosten haben mit einer Familie in einer Hofmolkerei als eine große Genossenschaft. Ich glaube, das ist sehr, sehr einfach verständlich. Und alle Menschen, wie gesagt, die zu uns kommen auf den Hof, die diskutieren über alles mit uns, aber nicht über den Preis. Den respektieren Sie sehr, sehr gerne, wenn Sie sehen, was dahintersteckt. Ich hoffe, damit haben wir auch die Frage von Anna aus Wachendorf beantworten können. Sie hat nämlich gefragt, wie schaffen Sie das, den höher preisig und fair bezahlten Produkte tatsächlich, dass die im Einkaufskorb landen? Also der Verbraucher, das können wir sicherlich für alle resümieren, ist neugierig, will Milchprodukte, will Qualität, will vor allem auch guten Geschmack, will auch ein bisschen Tradition haben. Es kommt gerade noch eine Frage rein, vielleicht kannst du das auch mit beantworten. Du kennst ja den Handel aus dem FF. Warum ist Milch eigentlich so viel, warum kostet der Liter Milch deutlich weniger als zum Beispiel ein Cola-Getränk? Was glaubst du, was tickt der Handel da? Herr Hans, aus meiner Sicht sind das ganz seltsame historische Phänomene, so wie in Deutschland ja auch als Beispiel auch der Butterpreis ja auch jahrelang Bestandteil war der Acht-Uhr-Nachrichten. Das sind Dinge, die sind eigentlich vollkommen irrational, weil der Butterpreis und der Milchpreis hat eigentlich keinen Einfluss auf unseren Wohlstand. Wir sind so wohlhabend, uns geht es so gut, wir gehen essen, wir leisten uns ganz, ganz viele materielle Dinge. Und ob der Mensch für eine Liter Milch 60 Cent zahlt oder 1,50 Euro, das beeinflusst eigentlich nicht seine Lebensqualität. Aber warum ist der Handel da so hartnäckig? Er könnte doch sagen, Mensch, wir hauen hier 10 Cent drauf, kriegen alle was davon, der Verbraucher kauft ja die gleiche Menge. Warum ist er gerade bei Milch so penetrant? Was der Stuttgart eben schon mal erläutert hat, Hans, wir haben einfach eine große Menge Milch. Und die Milch ist nun mal einer der schwierigsten Rohstoffe der Welt. Sie kommt zweimal am Tag und sie muss verarbeitet werden, schnell. Und die Milchmenge, obwohl die Betriebe immer weniger geworden sind, ist die Milchmenge nie weniger geworden. Wir hatten über 30 Jahre lang in Europa die Quote, die sämtliche Ziele eigentlich nicht erreicht hat, die also auch keine Lösung geboten hat. Und die großen Preise, das passiert einfach zwischen dem Handel und den Genossenschaften. Da werden 95 Prozent der Menge verhandelt. Alles andere ist heute immer noch Nische, wenn man da in Richtung Prämien gehen möchte. Frau Blömer, gehen wir mal Stichwort Nische. Was wäre denn, wenn Erzeuger und Konsumenten so eine Art Gemeinschaft, einen Schulterschluss durchführen könnten und sagen, wir Verbraucher, wir wollen ihre Milch, wir finden das gut, wir finden auch die Landwirtschaft gut und die ländlichen Betriebe. Und Sie sagen, wir haben die Produkte dafür und lassen wir den Handel mal außen vor. Ist denn Direktvermarktung oder Abhoflieferung oder sagen wir mal die kleineren Vermarktungswege, ist das für Sie eine Möglichkeit, mehr Wertschöpfung aus der Milch zu holen? Für uns ist jetzt unsere Milchzankstelle die eine Lösung. Wenn wir jetzt wirklich mehr von unserer Milchmenge verarbeiten wollten, bräuchten wir einen Molkereistatus. Wir sind ein Milchviehbetrieb als Familienbetrieb geführt und das würde eine wahnsinnige Investition sein und auch eine komplette Betriebsumstrukturierung sein, wenn wir eine Menge Milch selber vermarkten wollen. Das ist im Moment jetzt für uns nicht das Ziel. Ich denke auch, dass wir unbedingt daran arbeiten müssen, dass wir diese Strukturen in der Milchpreisfindung auch festigen könnten, weil wir weiterhin auch von einem Weltmarktpreis abhängig sind. Und da wird oft jeder prognostizierte Milchpreisanstieg ganz schnell wieder durch die nächste Krise gestoppt. Und die kommt anscheinend immer. Die letzten 20 Jahre gab es immer irgendwo wieder einen Weltmarktpreis, der schneller wieder runtergegangen ist, als dass bei uns beim Lieferanten ein fester Milchpreis, ein steigender Milchpreis angekommen wäre. Gleich mal die Frage an Herrn Stöcker. Herr Stöcker, Sie haben das gerade gehört mit der A2-Milch, Milch aus der Heimat, das hört sich alles ganz toll an. Wer hätte da schon was gegen? Das Geld, das wir für den Milch, Käse und Butter ausgeben, bliebe dann in der Heimat, käme auch den Landwirten zugute. Ist die lokale oder regionale Vermarktung vielleicht ein Konzept für die Zukunft, um der Milch ein bisschen aus der Patsche zu helfen? Das ist ein Teil der Zukunft. Aber wir müssen einfach sehen, dass wenn eine Verarbeitung vor einem Produkt steht, dass da auch entsprechende Chargen für sein müssen. Und dann muss man eben auch auf unsere Handelsstruktur gucken. Unsere großen Handelsketten, die haben eben nötig, mindestens eine Menge so zu haben, dass sie eine Lagerregion, und das ist dann meistens halb Nordrhein-Westfalen, auch gleichwertig bedienen kann. Ansonsten geht das mit der ganzen Logistik nicht. Und da hört es dann eben auf. Was wird als regional gesehen? Ich sage mal, regional ließen sich Produkte aus Nordrhein-Westfalen machen, aber man kann nicht mehr, ich sage mal, Produkte nur aus der Eifel oder aus dem Bergischen praktisch in einer Marke zusammenfassen, weil die eben nicht mehr produzierbar sind, weil weder, ich sage mal, der Handel so kleine Margen reinbringt, noch die Verarbeitung. Und dann ist einfach nur der Weg entweder Direktvermarktung, so wie hier eben auch vorgestellt worden ist, oder wir machen gemeinsam was. Aber dann ist eine gewisse Notwendigkeit notwendig. Und ja, dann sind wir eben, was ist regional? Ist es Nordrhein-Westfalen, dann können wir sagen, ja, kein Problem, können wir alle Produkte aus der Region anbieten. Aber kleiner ist heute sehr schwierig auch umzusetzen. Ein Hörer oder eine Hörerin fragt nach dem Schuldigen. Sehen Sie den Handel als schuldig? Wie der schlechten Preissituation bei Milch, ist der Handel haftbar zu machen? Herr Stöcker? Ich sage mal, wir sind in einer Marktwirtschaft und in unserer Marktwirtschaft hat sich der Handel viel stärker entwickelt. Wir haben nur noch fünf Ketten, als wie zum Beispiel die Bauern und die Molkereien. Den fünf Ketten stehen 100 Anbieter gegenüber im Molkereibereich. Und da braucht man nicht zu fragen, wer da der Schuldige ist und wer was durchsetzen kann. In Zeiten von Knappheit ist es möglich, ohne weiteres die Preise hochzuheben. Aber sobald eben Übermengen oder eine Entwicklung in die Richtung geht, wird es sehr schwierig. Und das ist ja auch der Grund, warum eben, ich sage mal, unsere hochwertigen Milchprodukte in unserem Wohlstandsland Deutschland billiger verkauft werden, als wie in unseren Nachbarländern Holland und Frankreich. Da muss man ja fragen, wie kann das sein, dass das so ist. Aber das ist einfach die Tatsache. Aber Sie sprachen eben auch schon mal an, Herr Stöcker, die Kommunikation Milch, die jetzt startet oder schon gestartet ist, müssen wir was ändern an der Überbringung von Nachrichten über Milch? Müssen wir die Milch wertiger machen? Klemmt es da in der Kommunikation, Ihrer Meinung nach, in Richtung Verbraucher? Ja, da klemmt es eben. Da habe ich ja auch praktisch gerade schon gesagt, da haben wir als Landwirtschaft, als Bauern auch was liegen lassen, auch als Molkereien, das im Moment eben ein falsches Bild ist. Der größte Teil der Bevölkerung hat immer weniger Kontakt zu unseren Bauernhöfen, zu unseren Milchviehbetrieben und auch immer weniger Wissen darüber, wie die Realität wirklich aussieht. Und das haben eben andere Organisationen genutzt, um hier in den Medien auch ein falsches Bild zu machen. Und da müssen wir dran arbeiten, um uns wirklich wieder so darzustellen, dass Milch eben ein ganz hochwertiges Produkt ist, dass das ein Nahrungsmittel ist, was eben sehr ausgeglichen und vollwertig ist. Und dass eben auch mit, ich sage mal, pflanzlichen Ersatzprodukten kann ich zwar ein weißes Getränk herstellen, aber hat bei weitem nicht die Wertigkeit wie die Milch, weil Milch eben auch sehr viele positive Nebenwirkungen hat. Aber Wolfgang, ja, Entschuldigung, Wolfgang, gutes Stichwort, die Milchalternativen, die kommen aber auch ganz anders daher. Meine Frage, bitte kurze Antwort, wir sind schon fast knapp in der Zeit, Milch digitaler, muss Milch digitaler werden? Oh, Hans, schwere Frage. Ich denke insgesamt, wir brauchen sowieso mehr Information für die Milch. Wir müssen es als Gesellschaft schaffen, dass sich die Gesellschaft mehr für gesunde Ernährung interessiert. Und das betrifft alle Lebensmittel. Das ist die Milch nur ein Bestandteil eines Konzepts. Und das kann ganz einfach passieren, schon in Kitas, in Schulen, dass man der Ernährung auch in den Schulen einen anderen Stellenwert beimisst, dass man Schulklassen auf Bauernhöfe bringt, dass einfach mehr Information und mehr Wertschätzung entsteht. Das müssen die Deutschen lernen, dass wir in Zukunft, wenn wir gesünder und besser leben möchten, dann müssen wir auch einen etwas größeren Teil unseres Einkommens in die Ernährung investieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Danke. Ich muss mit Blick auf die Uhr, möchte ich nicht meine Abschlussfrage weglassen. Ganz bitte, ganz kurze Antwort. Wir nehmen den Fall, der Milchpreis ist nicht zufriedenstellend, das haben wir gerade erkannt. Und die Frage lautet jetzt an Sie mit der Bitte um ganz kurze Antwort, wofür plädieren Sie mehr? Mehr Subventionen für die Landwirte oder muss der Handel und die Molkereien ein bisschen attraktivere Produkte herstellen, damit wir einen größeren Verkauf haben? Also mehr Power in die Produktion und in die Entwicklung oder doch mehr Subventionen? Fange ich mit Frau Blömer kurz an? Bitte keine Subvention. Als Rohstofflieferant sind wir immer das letzte Glied in der Kette und unsere Produktion ist Gläsern. Insofern würde so ein Preis immer nach unten durchgegeben werden. Okay. Wolfgang? Subvention oder Power? Nein, bitte keine Subvention. Alle Beteiligten im Markt, auch Politik, auch Produzenten, auch Händler, müssen gemeinsam ein Konzept erstellen, um der Milch wieder mehr Wertigkeit zu geben und die Menschen besser zu informieren. Herr Stöcker? Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Aber ich möchte auch noch darauf hinweisen, wenn die Gesellschaft eben höhere Anforderungen wie im Markt stellt, bei Tierwohl, dann muss das auch über andere Seite kommen. Und ansonsten ist es möglich, über den Markt auch mehr Geld auf die Höfe zu kriegen. Und daran müssen wir arbeiten. Das muss das Kernthema sein. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Dem schließe ich mich gerne an. Ich hoffe, Sie hatten eine unterhaltsame halbe Stunde gehabt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, den Teilnehmern, die trotz des wunderschönen Wetters jetzt im Homeoffice uns Rede und Antwort gestanden haben. Vielen, vielen Dank auch den Zuhörern an den Apparaten und Fernsehschirmen, dass sie bei uns waren. Ich hoffe, es geht bald weiter. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag noch und machen Sie es gut. Alles Gute für die Zukunft und vor allem bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören und auf Wiederhören.